4 Weber erstellen 4 Teppiche in 4 Tagen Frage, wie viele Weber werden benötigt, um 20 Teppiche in 20 Tagen herzustellen, wenn alle Weber im gleichen Rhythmus arbeiten? Wir wissen, dass 4 Weber in 4 Tagen 4 Teppiche herstellen. Also, in 4 Tagen stellt ein Weber einen Teppich her. Demzufolge, in 20 Tagen stellt ein Weber 5 Teppiche her, woraus wir schließen, dass in 20 Tagen 4 Weber 20 Teppiche herstellen und demzufolge ist Antwort A die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik Olympiade beantworten.